Wie viel Alkohol ist ungesund? Alkohol gehört für viele Menschen zum täglichen Leben dazu. Gleichzeitig ist allgemein bekannt, dass Alkohol ungesund ist und abhängig machen kann. Aber mal ein Gläschen Wein oder ein Schnäpschen? Wie viel Alkohol ist denn eigentlich zu viel und schädlich? Und kann er nicht auch positive Effekte haben, sogar teilweise gut für die Gesundheit sein? Diese Frage gleich einmal eindeutig beantwortet. Alkohol ist ein Zellgift. Daran gibt es nichts zu rütteln. Es gibt insgesamt betrachtet keine positive gesundheitliche Wirkung von Alkohol. Die angeblich positiven Effekte von Alkohol konnten wissenschaftlich nicht bestätigt werden und sind teilweise inzwischen sogar widerlegt. Es gibt zum Beispiel ein Mythos, dass ein Glas Rotwein am Tag gut für das Herz ist. Menschen, die etwas Alkohol trinken, bekommen wahrscheinlich tatsächlich etwas seltener einen Herzinfarkt. Für alle anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zum Beispiel Herzschwäche oder Herzrhythmusstörungen, trifft aber das Gegenteil zu. Auch ein moderater Alkoholkonsum erhöht dafür das Risiko. Alkohol steht laut der Weltgesundheitsorganisation in Verbindung mit ungefähr 60 Krankheitsbildern. Und je mehr und regelmäßiger jemand davon trinkt, desto höher ist sein Risiko, diese zu entwickeln und dabei auch abhängig zu werden. Es gibt keinen risikofreien Alkoholkonsum. In einer groß angelegten Analyse aus 2018 zeigte sich, dass sich die durchschnittliche Lebenserwartung verkürzte, je höher der regelmäßige Alkoholkonsum war. Doch wenn man nicht ganz auf Alkohol verzichten will, wie viel Alkohol kann man nun immerhin noch einigermaßen bedenkenlos konsumieren? Was gilt also als risikoarm? Von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, DHSEV, wird empfohlen, an mindestens zwei Tagen pro Woche gar keinen Alkohol zu trinken. Frauen sollten während der restlichen Woche nicht mehr als 12 Gramm Alkohol pro Tag trinken, also nicht mehr als ein kleines Glas Wein, 0,125 Liter, oder ein kleines Bier, 0,3 Liter. Zusammengenommen entspricht das bei zwei alkoholfreien Tagen in einer Woche 60 Gramm reinem Alkohol. Männer können ungefähr die doppelte Menge risikoarm zu sich nehmen und sollten entsprechend nicht mehr als 24 Gramm Alkohol pro Tag trinken. Also zwei kleine Gläser Bier, 0,6 Liter, oder Wein, 0,25 Liter. Das sind bei zwei alkoholfreien Tagen 120 Gramm reiner Alkohol pro Woche. Wichtig zu wissen ist, es gilt nicht als risikoarm, die gesamte Menge Alkohol an einem einzigen Abend der Woche auf einmal zu trinken. Außerdem sollten ältere Menschen deutlich weniger als die angegebenen risikoarmen Höchstmengen zu sich nehmen. Auch ist es nicht so, dass prinzipiell Getränke mit geringerem Alkoholgehalt weniger schädlich sind als hochprozentiger Alkohol. Entscheidend ist nicht, in welcher Form man Alkohol zu sich nimmt, sondern die konsumierte Gesamtmenge. Die ist zwar bei Spirituosen schneller erreicht, jedoch ob man 300 Milliliter Bier trinkt, 125 Milliliter Wein oder 40 Milliliter Whisky spielt keine Rolle. In allen drei Getränken ist die gleiche Menge Reinalkohol enthalten. Kurz zusammengefasst. Alkohol ist Gift für Zellen. Er hat insgesamt gesehen keine positiven gesundheitlichen Effekte. Im Gegenteil steht Alkohol mit ungefähr 60 Krankheitsbildern in Verbindung. Es gilt, je mehr und regelmäßiger jemand Alkohol trinkt, desto schädlicher für die Gesundheit. Die Empfehlung für Frauen ist, an nicht mehr als fünf Tagen in der Woche höchstens ein kleines Glas Wein oder ein kleines Bier pro Tag zu trinken. Für Männer gilt die doppelte Menge als risikoarm, aber wie gesagt, nicht als risikofrei.